Was sind wir, Didi? Ich bin gut, geh! Ich weiß! Was sind wir, Didi? Ahhhh! Seid ihr! Was sind wir? Enttäuscht! 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 Ahhhh! 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 Was sind wir? Ich steig jetzt für die Popper drum. Die Popper sind wieder da. Die haben sich heute in der alten Hackerei verfrachtet und dann ist nur Popmusik gelaufen. Wir müssen wieder gegen die Popper gehen, wie in alten Zeiten. Na? Und jetzt haben wir gleich zwanzig. Was ist denn los? Oh, ich bin heim. Ich bin heim. Nur jetzt in meinem Nächsten, Mann. Ich will nach Hause in mein Bett. Ich will schlafen. Ich bin enttäuscht! Servus! Servus! Kuss noch! Ich will dir auch! Dankeschön! Ich will nach Hause in mein Bett. Ich will nur einfach schlafen! SCHLAFEN! Kennt ihr das Wort schlafen? Nein! Ihr kennt das nicht! Aber ich kenne es! Ich bin 56 Jahre alt! Ich muss jetzt schlafen gehen! Den ist müde! Gute Nacht, Mädels! Gutes Neues noch! Ich bin zufrieden! Ich bin zufrieden! Und was sind wir? Enttäuscht? Enttäuscht? Ja, ich täuscht! Das ist halt ein kleines Hose. Boah! Hab ich gehört! Aber wenn du puffst! Wenn du puffst! Dann muss ich jemanden so klacken! Und wenn du rülpsst! Dann muss ich auch so machen! Das hat Jessica gesagt! Wenn du puffst! Dann muss ich auch so machen! Und wenn du rülpsst! Dann muss ich auch so machen! Das tut jetzt! In hohes Kisse! In hohes Kisse! In hohes Kisse! Enttäuscht! In hohes Kisse! In hohes Kisse! In hohes Kisse! Du warst immer enttäuscht, ja! Opa! 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 Weißt du, wie du gehst? Opa! Wie knifft fast fast! Nee! Hat er halt in hohes Kisse! Was? Hat er gesagt, der Bub! Derser Kindergarten weg ist er acres nhau! In hohes Kisse! Vielen Dank.